Ich will es daheim. Droggelbecher! Droggelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Hm, wie machen wir das denn? Ein Telefon! Ohne, äh, Hörer. Ah, den hat der, äh, von eben. Der, äh, Typ, der da rumschwammt, ne? Fest an der Wand verschraubt. Ist der nicht vielleicht drin? Aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Münzschach! Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Äh, das hatte keinen Effekt. Ach, die Gabel. So. Kommt die Gabel einzukommen. Kein Amt. Kein Wunder. Der Hörer fehlt. Hm. Nimm Münzschach. Leer. Sofa. Bild. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Hm. Irgendwie bin ich gerade überfragt. Nimm Lampe. Ja, das ist eine sehr gute Diebstahlsicherung. Ich hab das nie richtig verstanden. Was dachtest du, dass es wirklich grob ist? Ja. Guck noch mal ins Inventar. Was haben wir denn hier? Eine Zickzackschiere. Können wir die mit den Cornflakes benutzen? Ich verpasse einigen Cornflakes eine Zickzackkante. Auf diese Weise bekomme ich Mini-Ninja-Sterne mit Zimtgeschmack. Dadurch werde ich unbesiegbar. Verdammt. Kannst du vielleicht mit der Schere das Sofa einschneiden? Aha. Aha. Und jetzt? Ja, es ist da ein Loch drin. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Ja, sowas dumm ist. Können wir da reinstecken? Ich dachte. Wohnendippchen sind das Sofa einschneiden. Ja. Hat es uns das weitergebracht? Was steht da? Be-we-of-ron. Ja, was steht da mit Sicherheit? Das heißt, beware of... Ach, kann man doch ansehen, oder? Da hat jemand Vorsicht, Frank, draufgekritzelt. Ah, beware of das Klang. Hm, der ist Frank. Hm. Ah, lassen wir mal durch die Tür gehen. Mit die? Nee, da. Da. Da ist der hier, aber auch. Ah, da sind wir bei dem Hippie. Aber du meinst nicht die andere. Nee, nee. War schon richtig. Ah, okay. Ich dachte, du meintest, wir sollten nochmal das nicht. Ich dachte, ich könnte auf dein immenses Wissen über dieses Spiel zurückgreifen. Oh, das ist schon so. Hallo? Ja, ich hab's ja auch nicht ganz gesehen. Aha. Hallo? Also nicht komplett und nicht alle folgen. Okay. Hm, hallo, hey, Feuer, Feuer, oder? Na gut, ich guck dann wieder, wenn dein Freund nicht abgefault ist. Äh, versuchen wir mal mit Feuer. Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mal kurz mit Telefonieren aufhören? Ob du mir wohl mal ein Telefon borgst? Du kennst nicht so viel den Weg von Weg hier raus, oder? Oder ist das nicht so wichtig? Telefonier ruhig weiter. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich leg dir nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, Sieh nur, Juppi, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt dir kurz meine Aktien ins Boden lose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ich kann mir ihm nicht ein Lab-Prob schenken. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Nur, weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Klitzekurz. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, Sieh nur, Juppi, es ist ein Junge. Das hast du gerade schon mal erzählt. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Vielleicht hat er nichts anderes zu sagen. Ist nicht so wichtig, Telefonier ruhig weiter. Aber vielleicht müssen wir ihn noch ein Kind beschaffen, damit er sich aufhört. Das wollte ich ohnehin. Hallo, bist du noch dran? Ich kann den Hawe als Baby verkleiden. Die kannst du mal versuchen. Was denn mit dem? Was hörst du von diesem Typen, Hawe? Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Nichts Ungewöhnliches. Mit der Tür dahinten. Geh zur Tür. Da sitzt jemand. Mupuke. Mupuke. Das ist eine Lampe. Was steht da drauf? Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da besorgt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Ja. Das ist lustig. Was läuft hier im Fernsehen? Ein Dinofilm. Ich mag keine Dinofilme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Ja. Passiert. Ein Aschenmiss. Den hässlichen Klumpen? Ach nö. Planten? Lieber nicht. Ich habe den braunen Daumen. Was sind das für Spielchen? Lichtschalter. Hehehe. Lütze. Oh, es riecht da aus. Rede mit Professor. Hey. Du musst dich nicht von mir verstecken? Wer weiß. Du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Die Angst habe ich auch oft. Dass ich ein verkleideter Velociraptor bin? Ja. Obwohl, wäre es eher... Nein, ich würde es krank. Aha. Machosaurus. Du bist ein Ringlefinsch. Ringlefinsch. Ja. Du bist ein Ringlepunch. Ich heiße Edna. Was machst du da hinten? Bist du einfach einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Darf ich mit in den Kanal wechseln? Weißt du, wie ich hier rauskomme? Weißt du etwas über Dr. Marcel? Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelep? Was macht die Forschung? Oder ich schaue später nochmal. Ich bin für ein Ticket. Hast du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernstein meinen, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Okay. Dino-DNS steht für Dinos, die nicht saufen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Ja. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keine Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal-Menschhold hängt davon ab. Ach, die Dinosauriersterbenhaus. Es war der Gärtner. Aber empfinden sie zueinander. Das Gute triumphiert. Die Disonaurier. Disonaurier. Ja, ja. Sprechen wir. Gelehrt sein. Übernehmen die Weltherrschaft. Oder ich pfeif drauf, wie es ausfällt. Kratzt dich gerade mit meinem... Rückenkanzer? Ich bin dafür... Den hab ich dir geschenkt. Also wenn ich mir den ja wohl mal ausleite. Ich bin für die Dinosaurier übernehmen die Weltherrschaft. Die Dinosaurier übernehmen die Weltherrschaft. Na toll. Jetzt hast du mir die Ende verraten. Aber ehrlich gesagt hatte ich das auch schon vermutet. Gut, dass ich mich mit den Geflogenheiten in die Jura auskenne. Das wird mir einen Vorteil bei unseren neuen Herrschern verschaffen. Wo hab ich meine fossile Gebetssteine hingetan? Du kannst umschalten. Ich muss meinen Zyklen auf den Knackschaftsrohrer 1 zu dir in. Ja, dann, äh, ne? Versuchen wir es mal. Willkommen bei den Börsenews. Hier geht es nur um zwei Dinge... Aha, müssen wir jetzt mit dem, äh... Na toll. Vom Regen in die Traufe. Müssen wir jetzt dem Typen von den Börsenews erzählen? Dass er dann nicht mehr telefonieren muss? Vielleicht? Ich weiß nicht. Probieren wir es mal. Hallo? Hallo! Hallo, hey, Feuer, Feuer kaufen oder verkaufen? Machen wir mal kaufen? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen oder nein, nicht kaufen. Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Nein, kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, ein Glück. Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du? Puh, gut, dass ich da nicht abgelenkt war. Kaum auszudenken. Okay. Das letzte Mal müssen wir auch verkaufen gehen. Okay. Können wir hier mal wieder verkaufen? Probieren wir es mal. Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! 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 Nochmal kaufen oder nein? Nicht mehr kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft das muss. Machen wir nicht mehr kaufen. Nein! Nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, verdammt. Däh! Eins weiter. Was? Noch weiter? Eins weiter. Hallo? Ja? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! 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 Nicht vielleicht langsam ja kaufen? Und jetzt? Ah, sieh mal, Juppie, es ist ein Junge. Genau. Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherf. Ein Scherf. Oh nein! Nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo? Bist du doch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr. Behalte das Telefon ruhig. War das jetzt wichtig, dass wir die Börsen-News gesehen haben? Sonst hätten wir die Dialogoption gar nicht gehabt, oder wo? Das weiß ich nicht. Dann reden wir doch über die Machenaufschlagen vor. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Oh. Der hat ja da interessante Schuhe an. Äh, können wir leider nicht nehmen. Schade. Wir haben ja keine. Vielleicht können wir jetzt mit dem Hörer, äh, zu telefonieren. Ich werde mal ganz kurz speichern, denn sobald das Spiel jetzt abstürzt, ich mach mal einen neuen Spielstand, äh, wäre alles gelöscht. Das wäre, äh, ungünstig. Schlecht. Telefon. Telefon. Benutzer. Ne, früher gar nichts. Inventar. Telefon mit Münstelefon. Was war das? Da war ein Geräusch. Ne. Guck mal in den, äh... Oh, Münzschacht. Oh, das ist mir ausgefallen. Können wir jetzt zu dem Automaten gehen? Maybe? Let's try it out. Maybe, maybe. Glockelbecher. Glockelbecher. Äh, where was the Automat again? Was it here? I have no plan.